Dann wir hier heute Daniel Andretande, auch kein guter Profi, ganz überraschend, die Norweger nicht wiederzuerkennen im Vergleich zum gestrigen Mannschafts-Siebtag. Außer Robert Johansson, das war der einzige von den Vieren, der heute in den Nürnbergang gut war. Alle anderen haben da entweder was ausprobiert oder einfach noch nicht ausprobiert.